Barbara Schöneberger scheint in letzter Zeit zu einer echten Sportskanone zu werden. Immer wieder postet die 43-Jährige auf Instagram Schnappschüsse, auf denen sie für ihren neuen schlanken Body schwitzt. Von den Kurven der einst als Vollweib des deutschen Fernsehens bekannt gewonnenen Blondine ist nicht mehr viel übrig. Nun zeigt sich die Moderatorin auf Instagram beim Workout mit der dänischen Ex-Schwimmerin Mika Oestergaard, die in Berlin als persönliche Fitnesstrainerin arbeitet. Barbara präsentiert sich auf dem Bild ungeschminkt und schlank wie nie. Doch vielen ihrer Fans gefällt ihre Verwandlung gar nicht. Wo ist deine Weiblichkeit geblieben, ist in einem besorgten Kommentar zu lesen. Ich hoffe, du wirst kein Hunger haken, schreibt ein anderer Fan. Wieder andere schreiben, dass sie die TV-Lady auf diesem natürlichen Foto kaum erkannt hätten. Ein bisschen fies wird's auch noch. Ich dachte zuerst, es ist Thomas Gottschalk. Ganz schön gemein. Dabei sieht Barbara doch auch mit ihrer neuen Figur einfach umwerfend aus, oder? Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020